Moin Leute! Wie ihr seht, alles sieht ein bisschen neu aus. Ich habe eine neue Kamera und warum das so ist, hat einen Grund. Und zwar bin ich die nächsten zwei Wochen mit sechs anderen ziemlich coolen Leuten auf einem Roadtrip. Und ich habe mir überlegt, ich würde gerne für die Zeit mehr Videos machen, wahrscheinlich sogar jeden Tag. Und deswegen habe ich mir diese etwas kleinere Vlog-Kamera hier gekauft, um jeden Tag Videos hochzuladen. Ich hoffe, es kommt gut an bei euch. Und trotzdem wird es jeden Sonntag ein ganz normales, ein richtiges Video sozusagen geben. Aber eben auch jeden Tag ein Video. Ja, das war es auch erstmal, was ich sagen wollte. Ich muss jetzt nämlich noch schnell meine Sachen packen, denn wir fahren heute Nacht schon los. Heute Nacht um 4 Uhr geht es auf einen fetten, fetten Roadtrip. Adi wird dabei sein, Tadel wird dabei sein, Dehner wird dabei sein, Izzy wird dabei sein, Halodri wird dabei sein, Kluge wird dabei sein. Es wird also Wahnsinn. Morgen müssen wir schon in Zürich sein. Dann geht es weiter Monaco, Spanien, dann Frankreich. Also es wird die nächsten zwei Wochen eine Menge passieren. Es wird ein Megaprojekt. Es gibt ein Hashtag dazu, Roadtrip mit einer 7, weil wir 7 Leute sind und Roadtrip halt ansonsten voll viele Leute benutzen. Ja, ich freue mich. Ich habe Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Das war auch schon alles, was ich sagen wollte. Ich packe jetzt noch meine Sachen und würde sagen, wir sehen uns morgen. Bis morgen.